Musik Sagt denn Ihr Bruder, der Bischof, der hat wohl gar nicht vor, hier länger zu verweilen? Nein, er will schon morgen weiterreisen zu unserem guten König Heinrich nach Braunschweig. Braunschweig, ja. Was müsste denn passieren, dass wir in der Reisechronik mit erwähnt werden? Nun, vielleicht, wenn der Bischof hier reich beschenkt würde. Reich beschenkt? Nee. Oder wenn ihm hier etwas zustoßen würde. Oh Gott, bewahre! Bewahre. Euer Wein, Hochwürden. Gib's nur eine Eindrufe. Hüpft! Bischof Einung, in der Urheufel Lipsi. Scheiße. Bischof Einung gestorben in der Urheufel Lipsi. Leipzig. Seit 1000 Jahren ein guter Ort zum Sterben. Vielen Dank.